In der heutigen News-Ausgabe habe ich folgende Themen für euch. Keine Live-Übertragung der Testfahrten in Spanien? Findet 2022 ein Sprint-Qualifying in Australien statt? Wird die Q2-Reifenregel abgeschafft? Erste Infos zum 2026er-Auto. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. Die Frühjahrstests 2022 finden an sechs Tagen im Februar und März statt. Vom 23. bis 25. Februar in Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalonia und vom 11. bis 13. März in Bahrain auf dem Bahrain International Circuit. Doch es gibt eine Änderung im Vergleich zu diesem Jahr, denn die ersten drei Tage werden nicht live übertragen, sondern stehen für die Print- und Online-Medien im Mittelpunkt. Am Abend soll es kurze Zusammenfassungen geben und im Wüstenstaat wird es dann aber die gewohnte Live-Berichterstattung geben. Der Grund dafür ist die Finanzierung, wobei die Promoter in Bahrain alle Autos enthüllen wollen und dafür die Formel 1 auch gut bezahlen. Wäre das in Barcelona der Fall gewesen, hätte es das in Bahrain nicht gegeben. Schreibt mir mal eure Meinung zu den Frühjahrstests, die große Enthüllung der Boliden und dem nicht stattfindenden Livestream in Bahrain in die Kommentare. Der Chef der Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westerkode, hat bestätigt, dass er in diesem Monat mit der Formel 1 sprechen wird. Es wird angenommen, dass er über das Sprint-Qualifying sprechen wird, das in Melbourne zum Einsatz kommen könnte. In diesem Jahr wurde der All-Bit-Park Circuit stark umgebaut, wobei in allen drei Sektoren an mehreren Kurven Änderungen vorgenommen wurden. Für die kommende Saison plant die Rennserie die doppelte Anzahl an Sprint-Qualifyings, allerdings ist nicht bekannt, welche Orte dafür in Frage kommen werden. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob eurer Meinung nach ein Sprint-Qualifying in Australien stattfinden könnte. Neuesten Gerüchten zur Folge möchte die Formel 1 die Q2-Reifenregel abschaffen. Seit sieben Jahren gilt die Regel, dass die Top 10 mit den Q2-Reifen starten müssen. Manche Fahrer sind davon nicht begeistert, wie zum Beispiel Fernando Alonso, denn seiner Meinung nach kommen diese Regel nur den Top-Teams zugute. Ross Braun erklärte diese Woche, dass es für die kommende Saison und die darüber hinaus eine Änderung der Regel geben wird. Laut Braun sei die Abschaffung der Regel kein großes Problem und sie werden sich das in Zukunft angucken. Interessant ist aber auch, das aktuelle sportliche Reglement 2022 vom 30. April 2021 zeigt, dass die Q2-Reifenregel nicht enthalten ist. Wo wir gerade von Reifen sprechen, die Rennserie möchte übrigens bei einigen Rennen 2022 die Anzahl der Reifensätze reduzieren. Denn aktuell ist es so, dass jeder Fahrer 20 Reifensätze pro Grand Prix-Wochenende bekommt, die man hier erkennen kann. Der Grund ist die Nachhaltigkeit und wenn man die aktuelle Anzahl an Reifensätzen zu den 23 Rennwochenenden 2022 verschickt, sind das 36.800 Reifen. Schreibt mir mal eure Meinung zu der Q2-Reifenregel und die Reduzierung in die Kommentare. Die neuen Boliden für 2022 sind noch gar nicht auf der Rennstrecke, doch die Formel 1 macht sich jetzt schon Gedanken, wie denn deren Nachfolger aussehen könnte. Sie planen das Auto kleiner und leichter zu machen. Vor allem das Fahrzeuggewicht ist nicht so einfach zu senken, gerade aufgrund der Hybrid-Technologie und den Sicherheitsinnovationen. Vor zehn Jahren wogen die Boliden gerade mal knapp 650 Kilogramm und ab 2022 sollen die Fahrzeuge noch einmal um 40 Kilogramm auf mindestens 792 Kilogramm steigen. Die Fahrer kritisieren das Gewicht bereits seit Jahren. Der Motor für 2026 wird trotzdem Wegfall der MGU-H kaum leichter werden. Um das Gewicht zu senken, muss das Auto wohl verkleinert werden und derzeit wird nach Lösungen gesucht. Auch der Radstand soll verkürzt werden. Die Elektro-Komponente wird zunehmen, auch die Batterie und die stärkere MGU-K. Ein kleinerer Tank mit 65 statt wie bisher 110 Kilogramm Sprit lässt sich auch nicht umsetzen, da die Teams dagegen waren, die Rekuperierung an der Vorder- und Hinterachse vorzunehmen. Zum Schluss des Videos habe ich hier den Community-Kommentar für euch. Der kommt dieses Mal von Domi XD und er fragt, Wie viel kostet es eigentlich, ein Team zu gründen, mit Fahrer und allem? Eine Menge Geld. Denn es gibt viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen und im Allgemeinen hängt es davon ab, wie viel man ausgibt. Je mehr man ausgibt, desto besser ist die Ausrüstung, die produzierten Autos, die erzielten Ergebnisse, das gewonnene Geld und so gelangt man an die Spitze. Im Allgemeinen braucht man zwei Autos, die jeweils etwa 10 Millionen Euro kosten, wenn nicht sogar mehr. Dann braucht man noch die Ersatzteile, die ein weiteres komplettes Auto ausmachen. Alle Kosten für das Hauptquartier, LKWs, Wohnmobile, alle Kosten im Zusammenhang mit der Logistik, das Gehalt jedes Teammitglieds, das Gehalt der Fahrer, alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Beschaffung der Materialien für die Herstellung der Komponenten, dem Stromverbrauch aller Einrichtungen des Hauptquartiers und all die anderen Kosten, die jetzt noch nicht genannt worden sind. Mehr oder weniger 150 bis 200 Millionen Euro werden benötigt, um ein Team zu gründen und eine Saison zu beenden. Schaltet das nächste Mal gerne wieder ein, denn dann werdet ihr erfahren, warum Williams die Abu Dhabi-Test 2021 verpassen wird. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video und ciao.